Hallo und herzlich willkommen hier auf der Trooper Wargaming, eurem Kanal fürs Tabletop. Wir machen heute wieder 5-Minute-Protokoll und ja gut, jetzt haben wir einmal die Reihenfolge verändert. Dann starten wir mit den Upcoming Releases für Freitag, nämlich Scarlet Witch, in dem Fall aus der Box Scarlet Witch und Quicksilver dranbleiben. Viel Spaß dabei! Der Trooper Wargaming wird unterstützt von Kutami, euer Laden fürs Hobby. Scarlet Witch und Quicksilver kommen in einer Box zusammen. Die Box wird so einen Dreh, was um die 40 Euro kostet und hat sogar 5 Karten mit drin, 4 davon Team-Taktik-Karten und eine Crysis-Karte. Die 2 Team-Taktik-Karten stelle ich euch mit Scarlet Witch jetzt vor, die 2 anderen Team-Taktik-Karten und die Crysis-Karte mit Quicksilver, weil der etwas weniger Redebedarf vielleicht von der Fülle der Infos hat. Aber fangen wir jetzt mal mit Scarlet Witch. Scarlet Witch ist Wanda Maximoff, ein Charakter für 5 Threat, dementsprechend was teurer, 6 Leben, eine M-Bewegung auf der kleinen Base und eine Größe von 2, eine Physio-Verteilung von 3 und eine Energie- und Müsse-Verteilung von 4, was schon sehr gut ist und für einen 5 Threat-Charakter angemessen. Wir haben 2 Angriffe, den mystischen Angriff Hex-Bold, unser Builder Reichweite 4, 6 Würfel, 0 Energie. Wir erhalten wieder Energie, 0 des angereichteten Schadens, das ist genial schon mal. Und wir haben auch den Failure Chaos-Magic. Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, dürfen wir für jeden Failure, also für jeden Token-Kopf in unserem Wurf, dem Charakter, den wir als Ziel hatten, einen der folgenden Special Conditions geben. Bleed, Hex, Incinerate oder Poison. Supergeil. Also klar, Failures sind immer blöd natürlich, aber Wanda hat nachher eine ganz spezielle Superhelden-Fähigkeit, wodurch das für uns genial ist und wenn wir darauf auch noch etwas triggern, warum denn überhaupt nicht? Also im besten Fall holen wir aus dem Schlimmsten dann noch Special Conditions raus. Und gar keine schlechten mal. Das gerade in Reichweite 4 zu verteilen mit 6 Würfeln ins Builder ist natürlich super gut. Auch mystisch ist so von der Verteidigungsverhaltung meistens das Schwächste bei den Charakteren. Finde ich klasse. Wir haben einen cool Twist als unseren Spender. Auch mystisch Reichweite 3, diesmal nur in Anführungszeichen 8 Würfel. Das kostet uns 6 Energie. Die Yor ist heftig, aber der gegnerische Charakter darf nicht Crits zu seinen Resultaten dazuzählen und darf auch keine zusätzlichen Würfel hinzufügen durch Crits. Was die Spike-Reichweite natürlich rausnimmt, außerdem er verteidigt und einachtelt nochmal schlechter. Und für einen Failure auch hier wieder dürfen wir Theorage Pearson, indem wir halt einen Crit, einen Wild oder einen Block in den Blank drehen. Die Crits müssen wir natürlich nicht drehen, weil die darf er eh nicht nutzen. Und aktuell gibt es aber auch kaum einen außer Dr. Octopus, der auf einem Crit halt Energie zum Beispiel bekommen würde. Aber das nur mal am Rande. Also da ein sehr starker Spender, der definitiv den Gegner auslöscht. Wir haben Telekinesis als aktive Superheldenfähigkeit für 3 Energie. Wir dürfen ein interaktives Geländstück Größe 4 nehmen innerhalb von Reichweite 300 M-weit werfen. Ja, was will man denn noch mehr? Also wenn man noch 3 Energie übrig hat, werfen wir einfach mal in Reichweite 3 M-weit Sachen um sich. Wir haben noch Curse, reaktive Superheldenfähigkeit, 2 Energie. Wir dürfen, nachdem wir Schaden genommen haben durch einen gegnischen Effekt, nachdem der absolviert worden ist, dürfen wir dann dem Gegner Judgment dafür geben. Auch wieder eine Special Condition, die dazukommt. Wer Judgment nicht beim Schirm hat, man kriegt gar keine Energie mehr, wenn der Gegner einem Schaden anrichtet. Das heißt, in der Powerphase wird man in den Gegner zu Stun wieder mehr als 1 generieren, wenn man das tut. Aber halt, wenn man Schaden nimmt, würde man 0 generieren, egal wie viel Schaden man nimmt. Jetzt kommt Chosen of Cthone, nämlich die Andauerungsbedingungsfähigkeit, die die Failures von ihr noch besser macht. Weil, wenn wir angriffen, verteidigen oder dodgen, dürfen wir Failures zu unseren Erfolgen dazuzählen. Was macht das Ganze so gut? Ich meine, klar, Blanks sind zuzählende, da haben wir aber 2 von. Der Nachteil immer ist, Failures sind normalerweise tote Würfel, die man nicht neu würfeln darf. Aber mit diesem Chosen of Cthone machen wir das automatisch zu Erfolgen. Das heißt, am Ende unseres Wurfes sind die Würfel, die wir nicht neu würfeln dürfen, wenn wir Rewards generieren könnten, sind aber trotzdem Bestandteile unserer Erfolge. Das heißt, egal wie oft man würfelt, selbst wenn man dann nur noch auf Failures landet und dann nicht mehr diese Würfel neu würfeln darf, das zählt einfach. Wir haben eine 1,8 Chance mehr zu treffen, zu verteidigen, zu dodgen und gleichzeitig triggern wir im Angriff auf den Failures unsere Super-Hand-Fähigkeiten. Das heißt, das ist genauso gut wie ein Wild einfach, nur halt auf der anderen Seite. Und sonst dürfen wir Failures nicht neu würfeln. Wilds kann man neu würfeln, zum Beispiel Failures werden auch nicht weggepierced oder so. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall sichere Resultate. Und das ist was ganz Neues. Wir haben das Hex-Field auch noch als andere Super-Hand-Fähigkeit, was uns noch genialer macht mit unseren ganzen Conditions. Wenn wir in Beispiel 3 zu einem Gegner sind und der eine Shake-Aktion durchführt, darf er aber nicht Hex, Judgment oder Poison entfernen. Das heißt, Hex, was man über Defender super geil verteilen kann, über sie super geil verteilen kann. Judgment, was sie selber auch verteilt. Und Poison, ja gut, das wird nicht ganz häufig verteilt, über Hawkeye aber zum Beispiel oder über sie, kann der Gegner nicht wegschütteln. Das heißt, in einem Condition-Roster mit Defendern kann man da mega um sich schmeißen. Und wenn man sie so ein bisschen semi-offensiv stellt, kann der Gegner wichtig und natürlich nicht runterkriegen. Gleichzeitig, wir greifen in Reichweite 3 mit am stärksten an. Und der Gegner muss, um uns gefährlich zu werden, eigentlich auch so Reichweite 3 meistens passieren. Und da brilliert sie einfach, weil der Gegner kriegt das Hex ja nicht weg. Das Hex, was ihn von Spikes abhält, weil er kritzt, nicht mehr da Würfel neu dazuzählen darf. Also, weil er keinen neuen Würfel dazu würfeln darf. Das heißt, man macht noch maximal Schaden an der Anzahl der Würfel, was immer noch gut ist. Aber was aber von diesen, ja ich kritze jetzt einfach und hab dann Glück, dass der Gegner umfällt. Das fällt dann ja komplett raus. Wem das noch nicht reicht, sie würde auch noch fliegen. Das heißt, Gelände, Stücke, Größe 5 interessieren uns einfach nicht, wir bewegen uns dahin, wo wir wollen. M-Bewegung, kleine Base ist zwar etwas langsamer, aber bei dem Schaden der Reichweite, die wir haben, glaube ich, kann man sich da definitiv nicht beschweren. Ungewöhnlich gut ist sie natürlich, weil auf der anderen Seite hat sie auch 6 Leben. Das ist so ihre einzige Schwachstelle, dass sie relativ wenig Leben für einen 5-Punkte-Charakter hat. Aber bei dieser Stud-Line sonst und bei diesen Angriffen, wenn man ihren Bodyguard zur Seite stellt, glaube ich, reißt die auch ganze Teams auseinander. Aber gerade der Spender, Cruel Twist, da wächst dann einfach kein Gras mehr. Wenn man dann eine Shuri in der Nähe stehen hat, die noch Rewards generiert, da ist es vorbei. Und zusätzlich, also diese ganzen Conditions, man kann auch über die A-Force mit ihr einen Condition Roster bauen. Und confirmed ist sie bis dato, meines Wissens, leider nur für die A-Force und für die Brotherhood. Bei den Avengers steht sie nicht mit dabei. Wenn man jetzt comicmäßig guckt, könnte sie da einen guten Platz haben, auch außerhalb des MCUs. Aber das ist halt so etwas, da kann ich mich leider nicht festlegen. Wenn sie ein Avenger wird, kann sie damit alleine die Avengers ein Stück wiederbeleben, sofern der Captain America als Falcon-Version natürlich noch ein bisschen was mit reinbringt. Weil sie profitiert von Captain Americas Super-Handfähigkeit nicht ganz so gut, weil sie nur ein bisschen besser werfen könnte. Captain America wäre aber ein schöner Bodyguard für sie. Auch wenn der vier Punkte kostet, das ist dann das große Problem, das könnte dann teuer sein. Ich sehe sie auf jeden Fall in meinem Defender Roster, wo man halt einfach da mit Conditions noch mehr zuwirft. Und sie ist halt die offensive Version von Strange und Strange supportet sie und guckt, dass sie einfach am Leben bleibt. Gibt ihr extra Würfel und dann hast du ja fünf bis sechs Würfel, mit denen man verteidigt, wo auch noch die Failures zählen. Und dann, wenn man irgendwo Rewards generiert noch zusätzlich, also ich sehe da ganz, ganz großes Kino mit ihr. Ja, die wird ordentlich das Spiel nochmal ein bisschen umswitchen. Sollten wir dann mal mit ihren Taktik-Karten noch zu Rande kommen und ein bisschen Platz haben, dann haben wir zwei geniale Taktik-Karten für sie. Nämlich No More Mutants. Unaffiliated, reaktiv, wenn ein gegnischer Charakter in der von 3 Spiele 5 zu uns, zur Scala Witch, ein oder mehr Energie ausgibt, um eine aktive oder reaktive Super-Hand-Power zu nehmen. Darf Scala Witch drei Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen. Und die gegnische Super-Hand-Fähigkeit hat sofort keinen Effekt mehr und kann nicht nochmal für den Rest des Zuges genutzt werden. Und der gegnische Charakter muss trotzdem die Energie ausgeben und zählt, als ob er diese Super-Hand-Fähigkeit benutzt hätte. Das ist das von Ebony Moore, was wir schon kennen. Das ist ganz nett und ganz gut. Ebony Moore wird natürlich nicht gespielt, weil er ist auch ein 5-Punkte-Charakter, aber der ist halt nicht ganz so genial gewesen. Und hat dann nicht diese krassen Output, die den Scala Witch hat. Und ja, sie ist halt einfach genialer Charakter und da kann man über das nachdenken. Man kann damit nicht einen Charge einfach nichtig machen, weil er darf dann nicht wieder Charge benutzen. Und es geht eine Aktion dabei verloren und er muss die Energie dafür ausgeben und 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 und. Ja, was will man denn eigentlich mehr? Also das Problem wird eher sein, dass wenn man seinen Roster baut, dass man diese Karte vielleicht nicht mehr unterkriegt, weil gleichzeitig hat sie noch eine viel genialere Karte meiner Meinung nach, nämlich das The Whimps of Chaos Unaffiliated Aktiv. Scala Witch nach einer beliebigen Anzahl an Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen. Wir wählen nicht gedaste Charaktere nach von Beispiel 3 zu Scala Witch und zwar einen für jede Energie, die wir ausgegeben haben. Wenn das ein befreundeter Charakter ist, nehmen wir einen Schaden runter oder eine Special Condition. Aber wenn wir einen gegnerischen Charakter wählen, erhält er sofort eine der folgenden Special Conditions. Hex, Root oder Incinerate. Das heißt, entweder er darf nicht mehr Kritzen, Würfel dazu würfeln. Er darf mit Root, muss er mehr Energie ausgeben, wenn er eine Superheldenfähigkeit nutzt. Oder Incinerate, dass er auch noch Verteilungswürfel weniger kriegt. Das heißt, sie verteilt noch mehr Special Conditions, als das sie eigentlich schon kann. Das macht sie zu einem der Nummer 1 Verteiler von Special Conditions neben Hawkeye zum Beispiel. Und ich finde es genial. Ich mag sie mega. Das ist mit eines der stärksten Modelle seit MODOK, finde ich. Und gleichzeitig mit den Totenköpfen umgeht sie MODOKs Sperre für Wilds. Und sie wird, sobald sie jetzt released wird, am Freitag offiziell in Deutschland. In Holland ist sie sogar schon verfügbar, falls einer guckt. Da gibt es einige Seiten, die sie jetzt schon verkaufen. Aber die ist einfach toll. Die ist klasse. Die, ich weiß nicht. Also ich habe mich da verliebt. Das Modell mag jetzt Geschmackssache sein, wenn man den Comic-Club mag. Aber sonst, sie teilt gut aus. Man muss sie ein bisschen beschützen. Deswegen sage ich eher Defender-Roster oder halt in A-Force zum Beispiel. In der Brotherhood sehe ich sie nicht ganz so arg, weil da fehlt ihr vielleicht der Support, um sie irgendwie abzuhalten, dass der Gegner sie zerfetzt. Weil wenn man dann einmal rankommt oder mit zwei Charakteren rankommt, diesen Fight überlebt sehr schwierig, wenn man keine Boosts in der Verteidigung hat oder keine Bodyguards. Da muss man schon ein gutes Positioning betreiben und die anderen Charaktere müssen ihr Ding machen. Und da sehe ich Defender und A-Force vor allem weit vorne. Ja, wir sprengen heute schon wieder die Zeit, weil einfach die Charaktere werden so umfangreich, so gut. Und die müssen halt einfach ihre kleine Zeit dazu kriegen. Dementsprechend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was dazu gehört, ob ihr euch die Box kaufen wollt oder nicht. Für mich ein ganz klares Muss. Und ich hoffe wirklich, dass sie ein Avenger wird, damit wir endlich wieder mehr Avengers auf dem Tisch sehen. Und ja, dementsprechend. Ich kann nur noch sagen, adieu da. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und hoffen wir, dass der deutsche Release am Freitag startet, den 14.05. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.